Oh, was ist das? Da. Ob wir einfach gleich draufhauen? Gut. Hm. Aha, noch mehr davon. Oh, cool, noch eine Galleonsfigur. Ihr könnt schwören, hier waren wir schon, aber es sieht wahrscheinlich nur ähnlich aus, ne? Ist ja gar nicht gruselig. Oh, what? Was war das denn, ey? Wieso krascht er da auch hin? Meine Güte. Na gut. Ja, ich hole euch hier gleich wieder ab. Bis gleich. Was ist den Leuten zugestoßen? Folge den Hinweisen. Mal sehen, also. Brandspur. Sie sind in Gruppen versammelt. Sie haben sich vielleicht für etwas verstecktes Feuerspalten. Aber gestorben sind sie trotzdem. Toll. Was soll ich denn machen? Okay, ich werde hier sterben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was wollen die denn? Okay. Super. Auf ein neues. Das war ja ergiebig, was wir hier gemacht haben. Gibt's hinter diesen Lampen auch noch was? Oder wieso stehen die da? Gibt's hier irgendwas? Nee, wa? Okay, dann lasse ich die jetzt einfach mal hier sein. Ah, hübsch, ne? Da, der Wolf. Ja, die Zwerge, die wussten schon, wie man was baut, wa? Hm. Was hab ich gemacht? Was? Der stinkt bestimmt. Und jetzt? Was, 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 was? Er hat mich am Arm. Was kann ich tun? Sterbe ich jetzt? Sehr gut. Voll gut. Äh, ja. Oh, nee. Was ist hier los? Der ist noch gar nicht tot. Oh, 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 oh. Oh, nee. Ich bin bereit. Hat der gerade so ein Viech auf mich geworfen? Ah, fies. Okay, ähm, Gesundheit wäre jetzt nicht schlecht. Nee, ich weiß. Was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun? Und jetzt? Oh mein Gott. Ich habe schon gründlich geguckt. Ah. Ich könnte schwören, dass das gerade noch grün war, aber na gut. Ha, hab ich dich. Kann ich dich ja so kaputt machen? Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr euch auch so erschreckt? Oh Gott. Ich glaube, ich bin gerade fünf Jahre gealtert. Alter. Macht doch nicht sowas mit mir. Nicht so harmlos. Ich habe noch gedacht, oh, vielleicht haben sie die dritte Rune hier drin versteckt. Aber nein. Nicht sowas harmloses wie eine Rune. Ups. Ups. Wow. Krass. Grendel aus der Asche, ey. Nein, das sind zwei. Toll. Grendel aus der Asche und Grendel aus dem Frost. Und ich treffe sie beide nicht. Ist ja toll. Okay. Also Grendel aus dem... Ah ja. Verstehe. Gut. Nee, verstehe nicht. Okay. Ich verstehe es nicht. Warte mal. Also einen müsste ich doch mit meiner Frostaxt irgendwie... Den da. Mano. Ey. Ihr seid zu zweit. Das ist total fies. Ich dachte, ich könnte einen wenigstens mit meiner Axt beeindrucken. Wow. Also warte mal. Den aus der Asche müsste ich doch eigentlich mit meiner Frostklinge beeindrucken können. Ja. Geh mal schneller. Ja. 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 Ich suche nach grünem Zeug. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht. Ja. Aber wir schaffen es leider nicht. Toll. Jetzt auch noch im Dunkeln. Ein Heilstein. Juhu. Dankeschön. Und du bewegst dich gar nicht mit mir. Okay. Also diesen Ascherriesen da mit meiner Axt anzuhauen, ist nicht so effektiv. Au. Ich sehe gar nichts. Nein. Komm schon. Ach ja. Stimmt ja. Ich habe ja noch so ein Ding. Voll gut. So. So. Matsch. Aber echt. Der Trä者. Jahrgut. Untertitelung des ZDF, 2020